Mit dem Plugin Online-Fotos, welches Sie aus dem Hauptmenü aufrufen können, können Sie Fotos aus sozialen Netzwerken direkt in den Media-Portal wiedergeben. Wählen Sie dazu hier den Punkt Online-Fotos an und Sie gelangen in das Hauptmenü dieses Plugins. Sie können nun auf der linken Seite zwischen den sozialen Netzwerken, die Sie in der Konfiguration eingetragen haben, wählen. Wählen Sie hier zum Beispiel Flickr. Auf diese Art und Weise können Sie auch Urlaubsfotos, die Sie von einem anderen Punkt auf dieser Welt auf Flickr hochgeladen haben, bequem, gemütlich zu Hause auf Ihrem Media-Center schauen. Wählen Sie nun hier den Punkt Fotos, um Ihre eigenen Fotos anzeigen zu lassen. Wie Sie sehen, im Hintergrund werden Ihre Fotos dargestellt. Wählen Sie ein Foto mit der OK-Taste an, so wird dieses im Vollbild dargestellt. Sie können aber auch in der Vorschau zwischen verschiedenen Modi wählen. Rufen Sie dazu das Kontextmenü auf der linken Seite auf und wählen bei Ansicht zum Beispiel Symbole groß, Coverliste oder auch das sogenannte Coverflow. Sie können natürlich auch nach Fotos suchen. Wählen Sie dazu den Punkt Search an und wählen im folgenden Menü den Punkt Search by Photo name. Geben hier den Suchbegriff ein, zum Beispiel Media-Portal. Und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen, im Hintergrund wird das Ergebnis geladen. Sie können natürlich jetzt hier auch auf die Ansichtliste umschalten. Und können in der Ergebnisvorschau suchen. Let's go. Okay. Vielen Dank.